Ja Leute, da sind wir diesen Monat wieder beim Neuheiten-Video. Ihr seht schon, wir machen Pan-News. Was ist neu im Channel? Was ist neu bei Magic? Was ist neu bei Legacy? Was ist neu generell so in der Welt los? Und dann kommt das Gewinnspiel. Die Gewinnspielauflösung vom letzten Mal. Ja, als allererstes haben wir das Problem mit den Companions gelöst. Glaub ich. Nachdem jetzt Lurus und Cierda gebannt wurden im Legacy, was ich sehr 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 schade fand, weil ich Cierda tatsächlich spielen wollte und Lurus meiner Meinung nach immer noch nicht kaputt ist, aber vielleicht kommen die jetzt zurück. Und das nicht gereicht hat, verlieren wir jetzt auch noch die anderen Companions außer Yurion. Yurion kann man natürlich immer noch spielen, weil Blue-White ist im Legacy nicht so stark, dass man das nicht supporten kann. Yurion ist meiner Meinung nach spielbar, die anderen sind es leider Gottes nicht mehr und deshalb wird man auch keine anderen Companions mehr sehen. Ja, ansonsten Events gibt es leider immer noch keine, deswegen kann ich euch jetzt nicht von meinen Turnieren berichten, die wunderbar liefen. Wir machen zwar immer noch FNM über Online Events und so weiter, da ist nicht wirklich was zu berichten meiner Meinung nach. Dementsprechend ist diesen Monat auch nicht viel passiert. Wobei ich sehr dankbar bin, dass immer mehr Leute anfangen zu kommentieren, auch zu liken, teilweise sogar zu teilen, was mich super freut. Danke dafür auf jeden Fall. Auch die Jungs, die mir helfen bei dem Channel, die dann ihre Decks vorstellen und ähnliches, freuen sich immer über Feedback und versuchen auch möglichst mit euch zu interagieren. Ihr habt ja bei den Abstimmungen beim letzten Mal relativ oft Reviews von Produkten angesagt. Die werden noch kommen. Ich bin da aktuell wieder ein bisschen im Gespräch mit Leuten. Mal gucken. Ist halt in der jetzigen Lage aktuell nicht so einfach und unser Channel wächst. Mein Channel wächst. Langsam aber stetigt. Das ist für mich natürlich immer wieder super toll. Ich freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn noch ein Abonnent mehr ist. Deshalb ist es halt aktuell dennoch schwierig, da an Sachen ranzukommen, ohne dass ich meinen Geldbeutel noch weiter stresse, als er eh schon ist. Mal gucken. Ich guck nochmal auf jeden Fall, was ich noch machen kann. Teilweise habe ich sogar noch Sachen hier rumliegen, die auf jeden Fall noch gereviewt werden müssen. Dann zum Gewinnspiel. Ja, einmal herzlichen Glückwunsch. Da melde dich am besten per E-Mail bei mir tatsächlich. Die E-Mail-Adresse ist auf dem YouTube Channel drauf. Hinten haben sie bisher ein paar Leute auch schon so machen können. Dementsprechend, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Diesen Monat geht es nicht um Hüllen, also ja, halt nicht darum, die sind weg. Sondern, äh, was ganz Kleines tatsächlich, weil aktuell muss ich mal schauen, wie wir das mit den Giveaways weitermachen. Ähm, ich hab noch, bevor ich ihn öffne, äh, einfach einen Chorea Booster. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Wir hatten schon größere Sachen. Wir werden auch wieder größere Sachen bekommen. Aber es müssen eben auch kleinere Sachen dabei kommen. Und ich glaube, so ein Booster gratis. Warum nicht? Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, erstens müsst ihr Abonnent sein. Das habe ich bisher jetzt noch nicht eingeführt. Das werde ich jetzt langsam einführen. Wenn ihr abonniert seid, könnt ihr auf jeden Fall teilnehmen, indem ihr mir einen Kommentar schreibt. Wenn ihr das Video mögt, könnt ihr es natürlich auch gerne liken. Aber indem ihr mir einen Kommentar schreibt darüber, worüber ihr euch als allererstes und am allermeisten freut, sobald diese schwierige Zeit rum ist. Was ihr machen wollt, was, worauf ihr wieder richtig Lust habt, was ihr euch vielleicht kaufen wollt. Das würde ich mir ganz gerne wissen. Wie gesagt, ich lese mir alles auf diesem Channel durch und jede Antwort. Dementsprechend, äh, verbleiben wir diesen Monat. Wir sehen uns spätestens nächsten Monat bei einem News Video Video oder, naja, ich lade oft genug Videos hoch. Ciao, ciao!